Guten Tag. Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu einem weiteren Teil von Sonnenstaatlandsreichstippen F.A.Q. Heute sehen Sie Teil 2 mit weiteren Ikonen der Szene. An erster Stelle möchten wir uns von den hier verlinkten Aussagen und Inhalten distanzieren. Jede Verwendung von strafrechtlich relevanten Aussagen und der Darstellung von strafrelevanten Inhalten und den damit verbundenen nationalsozialistischen Symbolen soll hier lediglich vor dieser Gruppierung und ihrer wahnwitzigen Ideen warnen und über diese in abschreckender Weise informieren. Die Antikommissarische Reichsregierung distanziert sich ausdrücklich von den hier zur Schau gestellten und falschen Informationen. Wir hoffen euch gefällt diese Form der Videoaufarbeitung. Wenn ihr gerne bestimmte Themen sehen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Ruft uns an oder hinterlasst einen entsprechenden Hinweis in den Kommentaren. Thema heute. Scheinstaaten Scheinstaaten, auch Mikrostadt, Mikronation, Spaßstaat und virtueller Staat genannt, sind private Konstrukte und Staatssimulationen, die den Anschein erwecken, eigenständige souveräne Staaten zu sein. Scheinstaaten fehlen die völkerrechtlichen Voraussetzungen, als eigenständiger Staat zu existieren und handeln zu können. Derartige Gebilde werden daher auch nicht von anderen Staaten anerkannt. Sie sind ebenfalls keine atypischen Völkerrechtssubjekte wie der souveräne Malteserorden oder das internationale Komitee vom Roten Kreuz, die selbst keine Staaten sind, aber über eine internationale Anerkennung verfügen. Schein- und Mikrostaaten sind nicht mit sogenannten Zwergstaaten wie San Marino, Monaco, Lichtenstein oder Kirchenstaaten wie dem Vatikan zu verwechseln. Scheinstaaten werden meist aus finanziellem Interesse gegründet, zukünftigen Staatsbürgern werden niedrige oder fehlende Steuern versprochen oder gegen Gebühren Dokumente aller Art, Autokennzeichen, Führerscheine und Diplomatenpässe mit diplomatischer Immunität verkauft. Auch gab es zahlreiche Scheinstaaten, die gegründet wurden, um politischen Ziele einer Gruppierung oder Bewegung mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. So gab und gibt es Scheinstaatbildungen aus der sogenannten Szene der kommissarischen Reichsregierungen. Manche Scheinstaaten sind lediglich internetbasierend oder computerspielbasiert und beanspruchen somit kein herkömmliches Staatsgebiet oder Territorium. Einige Scheinstaaten wurden von Personen gegründet, die man als Exzentriker bezeichnen könnte. Im deutschen Sprachraum bekannte Scheinstaaten waren die Republik Freies Wendland von Atomenergegegnern, die Berliner Autonome Republik Utopia, die Republik Kugelmugel, die Dorfrepublik Rütherberg, die Bunte Republik Neustadt in Dresden und Neudeutschland. Ein weiterer Scheinstaat war das Fürstentum Germania, ein als basisdemokratischer Kirchenstaat getarntes kommissarische Reichsregierung Projekt und Scheinstaat, dem zu seinen Hochzeiten maximal etwa 220 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet angehörten. Ein Unterstützer war der Esoteriker Joe Conrad. Zentraler Anlaufpunkt des Mikroscheinstaates war von Februar bis Mai 2009 ein baufälliges Schloss in der brandenburgischen Ortschaft Krampfer, das als Staatssitz fungierte, während das 4000 Quadratmeter große Grundstück als Staatsgebiet bezeichnet wurde. Am 19. Mai 2009 wurde das Schloss durch die Polizei geräumt, Spaß und Weltnetzwerkstaat Terrania. Das 2011 entstandene internetbasierte Spaßstaatprojekt Weltnetzwerkstaat Terrania kann als eine Art Ausdruck des Generationenkonflikt von Internetinteressierten in Deutschland angesehen werden. Eine Beziehung zur kommissarischen Reichsregierungsszene besteht insofern, als Terrania-Aktivisten unterstellen, dass Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland automatisch auch Staatsbürger des Deutschen Reiches seien. Als Botschafter von Terrania will ein Jesus-Urlauber alias Georg Barres, Spitzname Bauchi, fungieren. Germanizieren Unter dem Namen Germanizieren versuchen Privatleute ebenfalls innerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, einen eigenen Scheinstaat in der Ortschaft Westerheim zu betreiben. Allerdings bezeichnen sich auch Personen außerhalb von Westerheim als zu Germanizieren zugehörig. Nach Ansicht der Präsidentin Ulrike Kuklinski reiche es aus, sich auf ein 320. übereinkommender UN- und eine Staatsproklamation zu berufen, um einen neuen Kleinstaat gründen zu können. Minderheitenstaatfreies Deutschland und republikfreies Deutschland Eine Scheinstaatbildung in Deutschland nannte sich seit Mai 2012 Minderheitenstaatfreies Deutschland mit dem kommissarischen Präsidenten, Peter Frühwald. Wie aus einem Schreiben der Aktivisten an den UN-Generalsekretär Ben Kimmün ersichtlich wird, hoffte man auf die Rückkehr zu einem deutschen Staat in den Grenzen von 1937. Peter Frühwald wurde später aus der Gruppierung wieder entfernt. Daraufhin gründete er ein freies Deutschland. Seine Gegner hingegen gründeten den Gegenscheinstaat Republikfreies Deutschland. Laut Frühwald habe man im Jahr 2012 Gespräche mit der KLR Bürgerwehr Deutsches Polizeihilfswerk über die Bürgersicherheit in Deutschland und die Formen der weiteren konstruktiven Zusammenarbeit geführt. Verein Weltanschauungsgemeinschaft Neudeutschland und Königreich Deutschland Peter Frühstück ist Esoteriker, Buchautor, Anhänger der Germanischen Neuen Medizin und Vorsitzender des eingetragenen Vereins Ganzheitliche Wege und dem Konstrukt Neudeutschland. Verbunden mit den Vereinen sind eine private Krankenkasse mit der Bezeichnung Neudeutsche Gesundheitskasse, eine Rentenkasse namens Neudeutsche Rentenkasse, eine Kooperationskasse sowie das Lichtzentrum Wittenberg. Vorstandsvorsitzender aller drei Kassen ist Peter Frühstück, die Vereine sowie die Kassen sind in Wittenberg ansässig. Ferner ist Frühstück Erfinder eines vorübergehenden Engelgeld, eine Art Ersatzwährung, die später durch eine neue deutsche Mark ersetzt werden soll. In der Verfassung seines Königreich Deutschland heißt es dazu, die neue deutsche Mark ist nach ihrer Einführung die gesetzliche Währung Deutschlands. Bis zur Einführung der neuen deutschen Mark gilt der Engel als gesetzliche Währung. Frühstücks Vorstellungen werden unter anderem in G-TV und Bewusst-TV von Jokon Red verbreitet, sowie in einer Publikation mit dem Namen Die Neuzeit-Magazin. Peter Frühstück ist gelernter Koch und soll einen Meisterabschluss als Gaststätten- und Hotelleiter gemacht haben. Er will als Küchenleiter im Hotel Pisteritzer Hof, ehemals Gaststättehaus Wilhelm Peek, in Wittenberg tätig gewesen sein. Danach habe er vorübergehend zweimal eine Videothek, eine Spielhalle, einen Schuh- und Jeansladen, eine Bar mit kleiner Diskothek, ein Tattoo-Studio und eine Kampfkunstschule betrieben. Im Jahre 2000 eröffnete er einen Buchladen für Esoterik-Literatur. Fizik behauptet auch, 1994 in Zürich in einer offenen Europameisterschaft, in einer unbekannten Kampfsportart einen Vize-Europameister-Titel aller Kampfkünste erlangt zu haben. 2005 veröffentlichte Fizik das Buch »Wege zur Entdeckung feinstofflicher Welten« im Eigenverlag. Neudeutsche Gesundheitskasse Die Neudeutsche Gesundheitskasse ist eine Art private Krankheitsunterstützung, die sich nach eigenem Verständnis nicht als Kranken, sondern als »Unterstützerkasse« sieht. Vorstandsvorsitzender der Neudeutsche Gesundheitskasse ist Peter Fizik. Mitglieder können bewusste und gesunde Menschen werden. Krankenmenschen wird vor ihrem Eintritt empfohlen, an einem Gesundheitsseminar des Lichtzentrums Wittenberg teilzunehmen. Die Neudeutsche Gesundheitskasse erstattet auch den Besuch von Heilpraktikern und von kostenlosen Gesundheitsschulungen des Lichtzentrums Wittenberg. Zukünftig ist geplant, die freie Auswahl eines Arztes oder Heilpraktikers einzuschränken, indem eine Liste von Ärzten und Heilpraktikern erstellt werden soll, die im Sinne der Neudeutsche Gesundheitskasse und der mit Fiziks Vorstellungen von Gesundheit arbeiten. Da Fizik offensichtlich Anhänger von Hermes germanischer neuer Medizin ist, könnte dies entsprechende gesundheitliche Konsequenzen haben. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2010 untersagt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Peter Fizik als Betreiber der Neudeutschen Gesundheitskasse das Betreiben des Versicherungsgeschäfts und hat die Abwicklung der unerlaubt betriebenen Geschäfte angeordnet. Fizik ist damit verpflichtet, Mitglieder der Neudeutschen Gesundheitskasse auf deren Wunsch unverzüglich aus den bestehenden Mitgliedsverträgen zu entlassen. Neudeutschland Fizik gründete diesen nicht eingetragenen Verein mit dem Ziel, eine neue, esoterisch-ökologistisch ausgerichtete, utopische Staatsform in Deutschland, einen Scheinstaat, zu schaffen, welche die Vorzüge der einzelnen Staatsformen miteinander kombiniert und die jeweiligen Nachteile abschafft. So sollen zum Beispiel Steuern völlig abgeschafft und Zinsen verboten werden. Fizik versuchte, seine Organisation Neudeutschland als Verein anzumelden. Dies wurde ihm am 30. Juli 2010 vom Landgericht Stendal verwehrt. Der Vereinsstatus wurde Fizik verwehrt, weil eine Stellungnahme des Innenministeriums des Landes Sachsen-Anhalt zu dem Schluss kam, dass der Verein Bestrebungen hat, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung und das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind. Auch gäbe es geschichtsrevisionistische Einlassungen und eine Nähe zu den kommissarischen Reichsregierungen, die unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. In Vorträgen behauptete Fizik, dass der Verein Neudeutschland der einzige gemeinnützig anerkannte Verfassungsfeind sei, da der Vereinigung zunächst vom Finanzamt Wittenberg eine vorläufige Gemeinnützigkeit bescheinigt wurde. Fizik ist auf Lebenszeit Vorstandsvorsitzender des Vereins Neudeutschland. Er hat bei Verfassungsänderungen ein Vetorecht und bei der Beschlussfassung im Vorstand ein nicht näher definiertes Mehrstimmrecht und kann nicht abgewählt werden. Der Beweggrund für Fiziks Staatsgründung ist, ähnlich wie bei anderen K.A. Scheinstaaten, die Nichtanerkennung der Bundesrepublik Deutschland als Staat. Es besteht seiner Ansicht nach eine Zwangslage, dass es in der Bundesrepublik keine legitimierte Grundlage hoheitlicher Gewaltenausübung gibt. Wie ein solcher Staat aufgebaut werden soll und wie er angeblich funktionieren kann, wird in entsprechenden Seminaren im Lichtzentrum Wittenberg behandelt und ist in Form eines Verfassungsentwurfs, einer Grundsatzerklärung und weiterer Texte festgehalten. Der Verfassungsentwurf sieht für Neudeutschland eine neue Staatsform vor, die eine direkte aufsteigende Demokratie in der Organisationsform einer Räterepublik mit einer konstitutionellen Monarchie verbinden soll. Dabei werden sich widersprechende Aussagen gemacht. Einerseits ist das Staatsoberhaupt ein in dem als Hauptstadt deklarierten Wittenberg ansässiger Monarch, der vom Volk direkt und auf Lebenszeit gewählt werden soll. Andererseits bestimmt der Monarch aber auch seinen Nachfolger und dessen Amtsantritt, sodass dann keine Demokratie mehr gewährleistet ist. Als Währung gilt bis zur Neueinführung der deutschen Mark der sogenannte »Engel« oder das »Engelgeld«. Auch zum Schulwesen macht Witzig in seiner Verfassung Aussagen. Zu den Unterrichtsinhalten gehören auch grundlegende Erkenntnisse in den Bereichen Recht, Erziehung, Wirtschaft, Geldwesen, Sozialverhalten und psychologisches Grundlagenwissen sowie auch esoterisches Gedankengut wie zum Beispiel Selbstheilung, Metaphysik und Selbsterfahrung. Witzig versuchte, trotz seiner Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland als Staat, politisch aktiv zu werden.